...wurde im Internet 110 Millionen Mal angeklickt, weil es so atemberaubend ist. Wir haben uns lange, lange, lange bemüht, die beiden zu uns in die Sendung zu bekommen. Die sind restlos ausgebucht, aber heute sind sie tatsächlich da. Also staunen, Daumen halten und begeistert sein mit dem Duo Vladimir. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Tod долго fühlt höhere die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank.